Und diesen Spieler, den ich meine, nennt sich Klömmi. Kleiner! Auf dem Stuhl sitzender Klömmi. Klömmi! Klömmi! Flieg mit seinem Raumschiff, ich laufe jetzt einfach weg. Ach ne, scheiße, ich muss ja erst mal was trinken. Ha! Willkommen zurück zu... Minecraft. Minecraft Vanilla. Ja, wir spielen jetzt Vanilla zu hier und so. Ich baue mal das Scheißding ab, das ist deine Aufgabe. Ich könnte mich um die Waffe zu laden hier und... Ach ja, ich muss ja... Ne, das Ding hört ja. Klick! Wir machen das jetzt ganz anders. Was denn? Wir bauen das hier um zu. Hä, hör auf damit. Du machst alles kaputt. Alter, das ist die Idee einfach. Wir können dann hier hingehen und wenn die Spinnen oben drauf sind, hauen wir die einfach von unten kaputt. Ich mache erst mal Klein Brevard. Klein Brevard. Ja, ich habe sowieso ein bisschen anders. Eine Easy Road. Manual Submit. Claim Revard. Alter, wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen jetzt Vollgas. Wir... Ja, warte mal. Claim erstmal den Revard und dann stell mal dein Gedünsel hier hin. Und gib mir dann dein Ding. Mein Ding. Au! Au! Macht er jetzt oder macht er nicht? Dann muss ich das vielleicht doch auf den anderen ausprobieren. Nicht Cold Water. 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 Jetzt bildet er. Jetzt gib mir doch mal dein Teil. Hab ich das schon. Steht da. Dein... Sehr gut, weil dann packe ich das direkt drüber. Von rechts, rechts, jetzt packe ich wieder Cold Water. Und... Das füllt dann den hier auf, he? Ja, perfekt. So, dann werden wir da schon mal gebaut und dann können wir uns hier schon mal um den anderen Kram kümmern. Da packen wir wieder einen rein. Dann müssen wir das... Da reinpacken. Diesmal nehme ich mal die Waffe, weil die eh zu unfähig ist. Hey, ich bin gerade dabei, mir das alles zusammen zu suchen. Hier hast du Position. Brauchen Dirt. Wie war das nochmal? Äh... Ich muss jetzt erstmal dich abschießen, ne? Gibt mir leid, dich mal abschießen. Ja, okay. Äh... Ich würd sagen, wir... Wir machen erstmal... Oh fuck! Wir müssen unser... Unser Wasser-Bag anziehen. Hab ich doch schon lange. Ja, ich aber nicht. Das ist nicht mal vorhin. Doch, wenn ich sterbe... Herr Klim, wo bleibst du? Warte. Habe ich mir mein Wascher-Bag anziehen. So. So. Au! Ich wollte das Schatz-Ding hier oben abreißen. Hände hoch. Okay, wir sollten uns wirklich darum kümmern, Dirt zu bekommen. Ähm... Das hier brauchen wir, ne? Wir brauchen noch einen Dust. Einen Dust brauche ich noch. Gib mir mal einen Dust drüber. Ferdi. Sehr gut. Und jetzt müssen wir einfach direkt schon nur Bäume abholzen. Warte. Ich mach noch eine Quest fertig. Weil wir jetzt Holz is fuck brauchen. Weil... Wir... Wir können das echt so machen. Wir kriegen Holz. Und dadurch machen wir uns Saplings. Nächste Quest ist fertig. Und dadurch kriegen wir... Nächste Quest ist fertig. Jo. Und dadurch kriegen wir... Ähm... Wasser. Also durch Saplings kriegen wir Erde. Und durch Erde kriegen wir Stein. Und durch Stern machen wir uns einen Ofen. Das heißt erstmal Erde ist jetzt unser Ziel. Und Erde kriegen wir halt mit ganz vielen Saplings. Das heißt erstmal ganz viele Bäume. Ne? Genau. So sieht's aus. So. Ich packe uns hier schon mal... Ah ne. Holst du mal den Crafting Table da raus? Oh. Warte. Ich mach schon. Schon gut. So. Dann haben wir hier den Crafting Table. Und daneben den Filter Milter. Und dann crafte ich hier schon mal... Ja. Die Cook. Bring mir ein paar mehr mit. So 10 Stück. Ja. Ich mach jetzt mal ganz viele. Ich hab nur 8 Stück machen können. Aber wir brauchen dringend irgendwas um die Bäume schnell abzufällen. Ja. Das Ding ist. Wir haben nichts. Hier nimm mal erstmal einen. Und das machen wir jetzt um die Saplings besser zu bekommen mit den Dingern. Genau. Und... Hey Saplings bringen uns einfach alles. Ja. Eben. Ja. Das ist jetzt unser erstes Ziel. Erstmal Bäume und dann Saplings. Weil das ist irgendwie so die effektivste Art wie wir jetzt am Anfang da rangehen können. Hm. Das werden wir auch nicht vergessen, wenn wir keinen Burmier mehr haben. Dauts Ewigkeiten. Deswegen müssen wir auch gucken, dass wir die Saplings zu Dirt verarbeiten. Damit wir mehr Bäume am Pflanzen sind. Ja. Oder wir machen es einfach so, dass wir so eine Farm bauen wie letztes Mal. Ich hab mal überlegt. Ich hab mir jetzt mal die erste Folge angeguckt. Ähm. Nochmal. Heute ging erstes Projekt online. Das heißt, wir produzieren gerade richtig fett vor. Ja. Weil, ja. Ich flieg nach Tokio. Early ist dann nämlich auch weg. Irgendwo. Ja, ich will in dem Sinne, äh, ein bisschen unterwegs. Ich will ein bisschen was tun. Da kann auch sein, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon passiert ist. Aber dass ein bisschen Real-Life-Kram online kommt. Ja. Bei mir kommt das auch demnächst. Ich will das auch nicht zu viel erzählen. Weil es kann sein, dass ich das ein bisschen anders mache. Und, äh. Natürlich ist das schon gekommen, Alter. Die Folge hier kommt raus, wenn ich in Tokio bin. Hi, Leute. Ich bin gerade in Tokio. Er sendet live aus Tokio. Naja, fast. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, dass er, äh. Er hat sich da einen neuen PC gekauft. Einmal YOLO. Ja. Ich heiße Gronkh. Ja, er heiße Gronkh. Nein, äh. Ich hab die erste Folge geschaut und, ähm. Mir ist eingefallen. Es ist ja aufgefallen, dass wir eigentlich ziemlich schlecht sind. Break everything, ne? Ja. Kann das vielleicht sein, dass dahinter irgendwas ist? Ja. Jetzt gucken wir gleich mal. Ja, in der Nacht. Wir bauen noch mal ne Hook. Äh, warte mal. Hier ist so eins, äh, zwei, drei Stück. Also jetzt ist erstmal wirklich nur Baum-Shopping angesagt. Nur noch ein bisschen natürlich, äh, den Blick auf unsere Temperatur und unseren Wasservorrat haben. Mhm. Das ist ganz interessant. Stimmt, die Temperatur. Sei es nicht, jetzt erst. Da, wo die Striche sind, ist das Maximum, ab wo es gefährlich wird, oder wie? Ja, ja. Und das, der Punkt sind wir. Ja. Richtig. Okay. Den Baum holt ihr noch mal kurz ab und dann farben wir noch mal ein bisschen Dust. Mach das so wie letztes Mal. Grab hier so einen kleinen Gang runter, hier. Hier, die drei Blöcke hier, so. Mhm. Damit wir, damit wir den Monster da reinlocken können und ich von unten in der Nacht aufmachen kann, damit wir Monster farben können. Ja. Weil das war eigentlich recht gut. Das war ganz chillig. Hast du Würmchen? Äh, drei Stück, jo. Dann gehen wir uns noch mal ganz kurz Dinge zu machen, ganz schnell. Dass wir noch mal Dinge zum Wurm, damit wir ins Bett machen können. Jo. Ähm. Ah, fuck. Pack mal deine Erde woanders hin, damit die Bäume nicht nebeneinander stehen. Wenn du aus dem eigenen Saplings bekommst und aus dem anderen können wir den Wurm reinpappen. Ne, ich will jetzt Dirt machen noch mal extra. Nehmen wir genug Saplings. Ich hab einfach mal zwölf, äh, Birkwood Saplings. Ich hab 16. Wir brauchen auch noch 10 für die eine Quest. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir mehr als genug. Naja, ich farm noch mehr. So. Dip dip dip. So. Alle Blätter abbauen. Also Dirt ist wirklich unsere wichtigste Quelle und wir werden jetzt erstmal, weil mit Dirt kriegen wir alles. Mit Dirt kriegen wir Wasser, mit Dirt kriegen wir Cobblestone für den Ofen. Ja. Um daraus dann, ähm, aus dem Wasser normales Wasser zu machen. Weil wenn wir Wasser in den Ofen tun, also Dirtwasser, kriegen wir richtiges Wasser raus. Mhm. Mhm. Und deswegen, und außerdem kriegen wir aus Dirt, also mit dem Ofen können wir dann, ähm, aus, aus diese, aus dem Dust kommen ja manchmal Fische und so raus. Die können wir dann auch kommen und dann haben wir auch Essen. Wegen dem Dingens. Wegen dem Wasser. Wie, wegen dem Wasser? Ja, damit da Wasser reingeht. Damit Wasser hergestellt wird. Äh, warte, ich komm jetzt mal. Machst du hier mal die Bäume weiter? Mhm. Warte kurz, bis Dirt hab. So, wunderschön. Dann setz ich schon mal den neuen Baum. Dann mach ich das hier schon mal weiter. So, hier wird jetzt noch zwei Dirt produziert. Ich setze ihn direkt im Wurm rein. Wir machen das einfach mit Vollgas, gehen wir jetzt zu den Punkten, wo wir letztes Mal schon waren. Hast du das Quest Delivery System schon eingestellt? Ja. Okay. Achso, hier hast du unseren Backup-Sappling. Äh, da. So, wir sind auch schon fast komplett aufgebaut. Wir müssen so schnell wie möglich auch an Dingens kommen. An was? An, ähm, den Fernens, weil wir können die Würmer kochen. Ja, ja, eben. So, ich hab uns jetzt erstmal schon mal eine Kiste gebaut. Und da pack ich mal das Wasser rein. Kannst du noch ein bisschen das farben jetzt? Äh, jetzt dunkel. Ja. Dann mach ich das Spektrum. Kommen nämlich noch mal kurz die Bäume ab und dann ist es nämlich auch düster. So. 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 Das wird sehr eng hier alles. Oh Gott, das wird sehr eng. Meinst du? Hm. Ich will nämlich noch mal einen Baum hier komplett abfällen. Das wird eng. Nein, schaffe ich. Okay. Wenn du das sagst. Du musst noch dicht bauen. Kannst du noch gucken, ob wir irgendwo Scheiben überhaben? Ja, mach ich gleich, sobald ich drin bin. Ich wollte jetzt erstmal hier den Rest noch abmachen. Oh, oh. Early! Ja, fuck ich. Bei Monsters bauen sag Bescheid, sobald du die ersten siehst. Ich bin drinnen. Das ist gut. Ist die Tür wenigstens auf, dass ich rein kann? Kannst du direkt zubauen? Noch nicht, nein. Das schaffe ich! Slim, sind Monster da? Guck nach! Ich weiß es nicht. Ich farm gerade Glas irgendwo her, damit wir das zubauen können. Ich habe genug Glas. Da sind noch keine Monster. Hö! Hö! Hier ist noch ein Fall. Ja, ist extra für die Spinnen. Ja, aber da können auch noch Monster reinspringen. Wir haben es geschafft, Early. Warte mal. Das ist jetzt aber... Hast du noch Glas über? Eins. Scheiße. Hier. Das hat gut geklappt. So, jetzt sind wir erstmal in Sicherheit. Wir können hier gucken. Hoffentlich. Oh, korrekt. Fetter Zombie. Läuft bei dem. Ähm. Bau da mal alles ab in der Ecke. Weil... Wir haben hier noch zwei Dirt. Das ist richtig geil. Wir haben jetzt drei Dirt noch. Ähm. Wie viele Saplings hast du noch? Den. Lass uns die Saplings auch mal in die Kiste packen. Und dann Übersicht haben. Ja, komm, ich mach nochmal zwei Dirt. Stehen draußen noch Bäume? Alle, wir können schon sterben. Ja, natürlich stehen. Da stehen jetzt gleich drei Bäume, ja. Okay, alles klar. Und dann haben wir hier immer noch ein Ersatzsapling. Und da drüben halt sowieso noch ein Ersatzsapling. Äh. Au! Jesus! Maria! Und Josef. Und alle anderen, die es da so gibt. So, da kommen schon die ersten Spiders. Ich find, das ist jetzt gerade unser bester Lauf eigentlich. Bis jetzt schon, ja. So. Ja, aber man ist immer besser organisiert. Ich claim jetzt noch mal meine anderen Rewards. Bin mir unsicher. Ach nee. Ist schon gut. Hä, warum funktioniert das noch nicht? Hä? Achso, ich hab das noch nicht reingetan, ich trottel. Geht's jetzt? Nee. Glauben nicht. Wir haben drei Salz. So, jetzt musst du schon da gehen. Warte mal. Schauen wir mal nach. Geil, der hat das hier nicht vorbereitet. Jetzt? Ja. Jetzt funktioniert das schonmal. Komm, hier bin ich. Ich hoffe, du hast die Waffe dabei. Ich hab die Waffe dabei. Wo gehst denn du lang? Nicht da lang. Mach das nicht da. Ja, aber die kommen jetzt direkt rein. Das geht hier am besten. Nein, das geht hier am besten. Au. Junge. Komm, ernsthaft. Mach das hier, Olli. Hier geht's eigentlich am chilligsten immer. Junge, du musst mal was an deinem Mikro machen. Hier kannst du's jetzt am chilligsten machen. Handeln sich nur um Stunden. Reicht denn später. Ey, hier kannst du echt mega gut fahren jetzt. Wir brauchen nen Zombie. Hier ist ein Zombie. Na, ich kümmere mich grad um die Skeleton hier. Das Skeleton ist einfach zu groß. Das passt nicht rein in das Loch. Es passt nicht hier in das Loch rein. Boah, Alter, was hier grad abgeht, ne? Ich hab Rottenflash. Boah, guck mal, was hier abgeht gerade. Alter. Komm. Ey, das ist viel zu laut. Sorry, Leute. Ich muss mal grad so die Sounds leiser stellen, ey. Spare die Munition. Warte mal. Geh mal kurz weg. Aber Vorsicht, mich hat grad schon einen Typ erwischt. Ähm, ich ess mal nen Apple. Da sieht man auch, guck mal. Äh, Hangar Overhaul. Ähm, blablabla, blablabla. Start after et. Wenn man ein Shift gedrückt hält, sieht man, okay, man hat so viel Hangar Overhaul und so viel Hangar, stellt das wieder her. Das ist natürlich extrem gut, was das hier ist. Deswegen werd ich mir einfach mal so ein Ding reinziehen. Hast du schon Salz? Ich kann keine Zombies mehr schlagen. Ich kann keine Zombies mehr schlagen. Ich weiß nicht, kann kein Time mehr machen. Ich kann die mal mehr angreifen. Oh, ich hab schon einen Stein rausbekommen. Bidiidi. Ich hab schon zwei Steine rausbekommen, war schon los heute. Ah, das ist geil, dann hat er nie reingeschafft. Ich mach da mal unsere Erde rein. Aktuell können wir eh mal einen Baum gleichzeitig abbauen. Und wir haben eh so viel Erde aktuell. Deswegen ist mir jetzt grad mal egal. Düb Wie viel brauchen wir? 32 Steine raus? ne? Ich weiß nicht. Alter. Ich glaube wir brauchen 32 Steine. Fette Beute. Miniaturherd habe ich bekommen. Das ist geil. Was? Miniaturherd? Was? Ach Harz. Herz. Ich habe Herd. Miniaturherd. Können wir uns Herdkanister später draus machen. Ich glaube die funktionieren hier gar nicht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Was denn? Bam. Korrekt. Choral. Choral. So jetzt habe ich genug. Dafür. Machen wir mal. Ah ja wir können das den Reward Claim da. Eins habe ich letztes Mal schon nicht verstanden. Warum hast du das nicht so gemacht? Was denn? Was habe ich nicht so gemacht mit der Truhe? Doppelchess. Ja aus Gründen. Ja kann ich völlig nachvollziehen. Nein esshaft. Ähm. Wenn man das so macht ist es einfach blöde. Claim Reward. So wir haben jetzt. Wir können jetzt weiter in das Essenszeug gehen. Dafür brauchen wir halt normalen Stein. Und äh. Oh da ist auch noch einer. Wir haben einfach schon vier Cobblestone. Kann ich noch nicht. Wir brauchen glaube ich acht insgesamt. Ne warte mal wir brauchen. Vorsicht. Nein. Alter. Was denn? Wir haben noch Erde draußen. Dicht machen. Wo dicht machen? Wenn wir hier nicht beschäftigt sind. Dicht machen. Ich stand gerade ein Creeper neben mir. Mini Creeper. Ja. Ja dann müssen wir hier auch mal dicht machen. Ne. Ja da habe ich den Ding jetzt hingesetzt. Gut die können das zwar trotzdem durch aber. Bam 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 bam. Aber ihr Nudeln ich würde sagen wir sind schon am Ende der ersten Folge angekommen. Ah das Gletsch dürft nicht. Am Ende dieser Folge. Oh heiz haben wir mit Bogen. Warte ich schieß den ab. Wieso den kannst du auch so. Da kann keiner den schießen da. Geht schneller. Und ich würde sagen dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. In der nächsten Folge nach oben. Ich bin gerade komplett durcheinander. Geht ein Däumchen nach oben wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ja. Wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play. What the fuck wie viele Zombies sind da. Haut rein. Tschau. Tüdelü. Musik 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 Musik